Jetzt, Georg, das macht man hinter einer Serviette, das ist total peinlich. Leck mich am Arsch, was dir alles peinlich ist. So, hat's gepasst. Ja, danke, sehr gut. Bisschen viel. Sag mal, hast du was zum Aufwischen da? Bei uns zwei zerreißt's gleich. Ja, wollen sie es einpacken, was übrig ist? Ich mein, das wär ja schade zum Wegschmeißen, oder? Ja, gell? Gerne. Dann bring ich ihnen was zum Reintun. Danke. Haben Sie was zum Aufwischen da? Ja, da kann doch eh nix dafür, wenn's ja keinen Spaß versteht's. So, bitteschön. Okay. So. Ja, schau mal, was da noch zusammengeht. Da machen wir uns morgen ein Schnitzelgrößtl. Was heißt der Wir? Ich mach das. Wie immer. Ich mach immer alles. Ja. Äh, komm jetzt, tu die Taschen rein. So. So, die kannst du auch noch einpacken. Schau, schon wieder ich. Schau mal, wie gut ich das reinbringe. Schau dir das mal ab. Auf den freu ich mich heut schon ab beim Fernsehen. So. Ich hol uns noch einen Salat. Mhm. Äh, der Kartoffelsalat war gut. Von dem kannst du ruhig ordentlich was draufpacken. Sagen Sie mal, was machen Sie da? Ich pack bloß eh, was übrig geblieben ist. Es wär ja schade drum. Sind Sie Wahnsinn? Sie sind ja komplett Wahnsinn. Und Sie? Hören Sie auf. Lassen Sie das. Sagen Sie mal, sind Sie verrückt oder was? Den frieren wir ein. Ganz genau. Lassen Sie unser Beutel hängen. So. Ich mein, dann haben wir alles, oder? Weiß was, den nehmen wir auch noch mit. Da muss ich daheim nicht immer alles alleine machen. Ja genau. Komm, geh weiter, packen wir's. Schiff! 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 Sagen Sie mal, muss ich die Tasche jetzt alleine tragen, oder was? Ja, du siehst doch, dass wir die zwei hinten voll haben. Schiff! 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 Schiff!